So Leute, während wir jetzt darauf gewartet haben, und ihr seid live mit dabei, ob wir unsere Peters losgeworden sind, ja, wir sind natürlich alle viel losgeworden, alle 4 Pitas sind weg, zack, alle für 5 Minuten, jawollo, also das heißt pro Pitas waren das 200 Coins Profit, das war jetzt eine nicht schwierige Aufgabe zu holen, und wir gucken mal, ob wir das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen gleichmäßig hinbekommen, das wäre nicht, zack, okay, ja, ich war jetzt schon ein bisschen voreilig, ich habe Gold umzuschauen, ich habe auch hier, oh, jetzt gibt es mittlerweile echt viele, okay, das ist super, weil das bedeutet nämlich, dass die Goldpreise langsam droppen, was die normalen Spieler, ähm, hier dann doch so Relationen, so war auch der Beginner, ähm, Tausender, äh, für einen Partei, der ja, der es eventuellerweise überhaupt nicht wert ist, aber mit den 10.860 Coins können wir dann doch schon eine Menge machen, können wir nämlich hingehen, nachdem wir ja dann die Meisterschaft geholt haben, ähm, in das BPL-Team gehen, wir werden wie gesagt so ein bisschen noch mit den Live-Spielern spielen, klar, macht natürlich auch Sinn, ähm, werden nebenbei hier gerade, wir werden jetzt immer von der Liga BBVA, okay, die Mannschaft springen von der BPL und von der BPL dann wieder in die Bundesliga, und das sind hier alle aus der Bundesliga, Reihen, die wir haben, die wir brauchen, ja, das heißt, wir gehen hier, Roll, oder haben wir nicht mehr, Kagawa, und hier auch an die nächste Seite, die Kaliju, Teige, so, dann haben wir es auch schon alle beisammen, so, und holen uns jetzt, zusammen mit euch, ja, wie gesagt, auch jetzt wirklich ein Lef, ein Teil gegangen, Ende, aber echt ohne Witz, Leute, ich glaube, ich bleib' noch so ein bisschen hier im Training hängen, weil das einfach viel zu viel Spaß macht, den L-Faust zu holen, ja, weil, ähm, viele davon gekauft werden, wie Hulle, ähm, und deswegen, da hier die anderen Spieler dann noch bekommen, damit das jetzt auch nicht allzu lange für euch dauert, wenn ihr da vor den Schirmen sitzt, ähm, deswegen, gebe ich mal so ein bisschen Gas, snipp das Ganze mal so ein bisschen zusammen, ihr seht dann im Hintergrund, was ich hole, was ich kaufe, was ich mache, ähm, dann werden wir, wenn wir uns gleich so ein bisschen, nein, oh, nein, aber wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder zu den einzelnen Sachen, und, ähm, dann würde ich vorschlagen, wenn wir das geklärt haben, und die alle am Start haben, ja, dann, jawoll, so, sichere 400 Coins, wieder plus, mit dem guten Peters hier, ja, für 1000 geholt, der geht wieder für 1400 auf jeden Fall weg, haben wir vorhin gesehen, zack, ja, Aftertags, das ist nicht ganz 1400, die wir haben, ist relativ egal, ok, so, rein geht's wieder, gucken wir nochmal rüber, wenn wir auch weiter äh, weiter äh, oder? tue, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier, das ist noch nicht mal eine Seite voll, ne? Also das kann man sich auch immer so ein bisschen als Faustformel merken. Solange man noch nicht mal umschalten kann, da ist es halt so, ne, dass man, dass man den dann halt super easy wieder los wird. Also selbst bei drei Seiten sage ich so, yo, das ist jetzt... Von daher, alles in Ordnung, alles entspannt. Ah, das ist natürlich schon krass, ne? Also was da für eine Marge momentan immer noch drin ist, innerhalb der Mannschaften, das ist ziemlich crazy. Aber ich finde es nicht schlecht, weil das vereinfacht uns das ganze Thema so ein bisschen, wie wir mit den Coins auch umgehen. Also so können wir mit ganz wenig Coins extrem viele gute Spieler kaufen im Nachgang, weil wir sehr viel traden können. Äh, deswegen heiße ich ja übrigens JP Trading, weil ich das früher hauptsächlich eigentlich gemacht habe bei, ähm, FIFA. Ähm, eigentlich den halben Tag immer so ein bisschen da drum getradet, geguckt, gemacht. Was könnte man denn machen, wieso, weshalb, warum? Warum ist die Banane krumm? Ähm, ja. Und, ähm, ähm, deswegen... Ja gut, ich bin mal gespannt, also für 7,4 wird da wohl weggehen, oder für 7,3? Ähm, müssen jetzt, na gut, da müssen wir halt so ein bisschen warten, ne? Das ist halt wieder so das Thema, das hätten wir jetzt vielleicht besser so nicht gemacht, äh, weil wir die Coins jetzt vielleicht anderweitern an der Stelle gebraucht hätten. Ähm, okay, aber damit das, wenn wir jetzt so ein bisschen ins Spielen kommen, machen wir jetzt folgendes. Wir holen uns jetzt erstmal ein Striker aus der Premier League. Äh, damit wir jetzt einfach mal so ein bisschen ins Spielen kommen. So. Ja, komm. So, dann brauchen wir den linken Verteidiger. Hö, 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 witz. Ja, komm. So. 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 Ah, ey, das ist doch nicht wahr, ne, da fehlen mir so ein paar dreckige Kinder-Coins, ey. Jawoll, Shawcross mit 1500. Wuh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, das finde ich gut, locker, easy, so, weil Shawcross geht auch mindestens für 1800, 1900, also, schön, auch schon wieder einer für 50. Ähm, ja, man sieht das hier, so, 2000, ein einziger. Oh Gott, ey, ich wäre der erste lieb. Die Marge ist so hoch für all die, man muss eigentlich den ganzen Abend nur traden, ne. Die ganze Nacht müsste man... Es gibt vier Shawcross auf dem Markt für zwei einen. Da gibt's einen für 2000, der ist jetzt sofort weg, garantiert. So, noch einmal, ich klicke rein und der ist weg. Da sind wieder zwei neue dazu gekommen. 1500 Einer. Boah, ich krieg ne... 1300 Einer. Oh mein Gott, okay, ich seh schon. Ähm, ey, ja, nee. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht den so liegen lassen und wissen, dass der... Also wir haben den, wir haben den für 70, ne. Wir packen den einfach mal für 2000 auf den Markt. Ihr werdet sehen, der ist innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, jetzt hätten wir eigentlich mal anfangen können, uns so ein kleines Shawcross-Monopol aufzubauen. Ja, die Leute, wie das fällt mir jetzt auch wieder auf, ne, es ist so 20 Uhr 40. Die Leute haben jetzt auch langsam wieder Bock, den ganzen Abend zu zocken und die meisten suchen dann halt neue Teams, suchen dann irgendwelche Sachen, die sie halt spielen können. Und dann, weil die BPL am Anfang regiert ist, sag ich mal, kriegt man da auch relativ gut Spiele auch rein. So, 1800 gibt's einen. Also auch mit 100 Prozent. Die alle gibt's nicht mehr. Wir sind schon wieder bei 2100. Da sind mit Sicherheit auch schon wieder die... Ähm. Ja, der ist auch schon längst weg unser Shawcross. Gut, dass wir das jetzt auch mal mitbekommen. Super. Aber wie gesagt, wir werden die hier so für 1600... Boah, schade ist ja. Jawoll. So. Und wieder, jetzt habt ihr's gesehen, das hat jetzt genau zwei Anläufe gebraucht. Ähm. Jetzt haben wir wieder einen Shawcross dazugekriegt und den haben wir geholt für 1500. Und dann, den geben wir jetzt mal, den geben wir ab wieder für 2000. Weil wir sind ja nicht bekloppt. Aber wenn der Markt 2000 gibt, warum soll ich den dann für 1900 weggeben? So. Und das muss ich jetzt eigentlich in der Regelmäßigkeit immer so ein bisschen machen. Und dann werdet ihr das jetzt auch wieder mit einem Schnellraffer sehen. Ähm. Zack. Und da ist mein dann für 2000 schon wieder weg. So. Dann können wir wieder hingehen und wieder den nächsten tauschen. Ja, also genau so machen wir das jetzt mal eine Viertelstunde lang. Und dann seht ihr mal, wieviel Coins da so rauskommt. Wenn man das kommt so nicht. Ja, aber um solche höhere Preise, die kaufen. Woher ich diesen Namen kenne, sagt meine Lieferwagen, stelle ich mich zu tief, Garagen-Gang. Wie gesagt, der Vater ist ein richtiger Bastard. Er hat nichts drauf, außer mit dem Gipfel rumzuklappern. Von Montag bis Donnerstag siehst du ihn nicht ohne Schminkel. Es hat die Grabrede für jeden toten Winkel. Ich wollte Rapper werden doch leider ohne Stack, weil meine Familie hat die Texte gern. in den Hals zum Fros stecke. Fräckchen. Heutenteck ich jeden meiner Freunde. Auf Facebook auf dem Uploadet. Große von der Wasserstoff Bombe. Egal wer mich schädet, komm und lutsch meine Eier. Mein Kopf ist kaputt und nicht weiter. Ich bin wie ein Brand in ein Tierheim. Ich setze kurz nicht von Feier. Deine Frau nackt von meinem Haus. Was macht der Brust in der Einfach? Was aus dem Tag wird ein Rap oder Gebet? Meine Mama 3 war auf den Händen. So ihr habt es gesehen, das hat jetzt nicht mal 2 Minuten gedauert und zack war der Schminkel. So ihr seht, wir haben gestartet mit 1700 Coins. Wir sind jetzt bei 3172 Coins. Ich wandel seit, naja, vielleicht nicht mal 10 Minuten. Ja. Das ist schon geil. Ich so hier locker Coins aufbauen kann. Zack. Jawoll. Auch. So und das sind auch wieder Save 300 Coins Profit. Ne. Das musst du sich halt überlegen. Und wenn man das jetzt halt auf eine Anzahl hochkriegt. Ähm. An. Ähm. Ich sag mal. Ja. Wenn man das hinbekommt, genug davon zu holen. Ja. Dann kann man, dann kann man auch selber hingehen und ich sag mal seine Preise so ein bisschen bestimmen. Das finde ich natürlich auch geil, ja. Das heißt, man kauft einfach alles weg. Irgendwann kauft man einfach alles weg. Und guckt, wie entwickeln sich dahingehend die Preise. Und wenn man das dann eben unterbinden kann. Mit dem ein oder anderen Trade. Dann, ähm. Ist eben geil, ja. Weil, ähm. Garo sich ja selber vorstellen. So. Ihr seht es schon wieder. Mein Shortcross ist schon wieder weg. Ja. Ja. Nein. Oh nein. Ey schon. Ein für sieben Monate gekriegt. Jawoll. Sehr gut. Ey. Boah. Sieben Monate Shortcross ist das denn ernst. Oh mein Gott. Junge. 1. Und Autozog. Das heißt, das sindואieny consortiumentdecken. Th ako movimiento sister. Abohne ich dich Boah, jetzt läuft es zu gut, ey. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele auf dem Schirm. Wow. Schon wieder einer für 800. Das sind wieder so richtig 1.200 Coins Profits. Jawohl, und ihr seht, ne? Das dauert jetzt nicht lange. So, da oben sind die schon wieder weg. Ja? Boah, jetzt geht es, aber jetzt läuft es aber richtig. Ich lasse euch die mal oben drin stehen, dass ihr das sehen könnt. Ja? Zack, weg, weg. Vita, es geht auch nochmal weg. Shaw geht weg. Ja, Shawcross, der nächste. Boah, ist das gut. Boah, ist das gut. Nehme ich nicht, habe ich ja gesagt. So, dann geht mal wieder 1 höher. Guck mal, wie da der Stand der Lage aussieht. Für 2.000 kaufe ich die ja selber nicht. Verkauft ihr für 2.000 selber. Also, warum soll ich für 2.000? Gucken wir mal, wo dann so eine höhere Dichte an ist. So bei 2.2, 2.1. Da fängt so die höhere Dichte an. Das heißt also, alles. Ja, 1.700 finde ich okay. Ja, da mache ich so ein 300 Coin Profit dran. 1.500 Coin Profit. Okay. Wie gesagt, ihr seht dann da auch immer, wie locker das funktioniert an der Stelle. Wie gesagt,